Wenn man sich möglichst lange an einem Fahrzeug erfreuen will, dann ist die richtige regelmäßige Pflege ungemein wichtig. Der Waschpark B27 in Tübingen bietet Ihnen alles, was hierzu vonnöten ist. So ist dieser nicht nur eine topmoderne Waschstraße für PKWs und Transporter, sondern versteht sich als Auto-Wellness-Zentrum, in dem die absolute Kundenzufriedenheit ganz oben steht. Enorm wichtig ist dem Tübinger Unternehmen der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt. So sorgt eine hauseigene Kläranlage dafür, dass das benutzte Waschwasser sachgerecht aufbereitet wird und zu 100% wiederverwendet werden kann. Ebenso durchlaufen die bei der Reinigung eingesetzten Wasch- und Pflegemittel ein strenges Kontrollverfahren, um ihre ökologische Unbedenklichkeit sicherzustellen. Der Waschpark B27 – sauberes Fahrzeug, saubere Umwelt. Weitere Infos finden Sie auf www.waschparkb27.de